Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast, wieder mit einem kleinen Nerd-Thema. Uns versprechen wir heute über das Thema Clowns in Film und Medien und dazu habe ich mir einen Fachmann dazu geholt. Er ist Lokalveranstalter, er ist Podcaster, er ist eine Ikone im Wrestling-Podcast-Bereich und er ist ein selbstgewählter Clown, der gute Michael Schegge-Schwarz. Ich grüße dich. Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Volker. Da hast du mich schon angekündigt, das freut mich sehr. Ja, freut mich mal wieder bei dir zu sein und du hast es gerade angesprochen, ich bin ein selbsteinander Clown. Tatsächlich bin ich nicht ein selbsteinander Clown, sondern ein staatlich anerkannter Clown, denn ich habe wirklich eine Clownsausbildung hinter mir und ich muss sagen, ja, das ist eine sehr lehrreiche Erfahrung generell fürs gesamte Leben. Ja, dann erzähl doch mal kurz, was steckt in deiner Clownsausbildung so drin? Was hast du alles gelernt? Also mir ging es ja von Anfang an nicht darum, als Clown später auf der Bühne zu stehen und ich bin ja sehr generell sehr viel auf der Bühne mit verschiedenen schauspielerischen Tätigkeiten, auch im Improvisationstheater sehr aktiv und mir ging es eigentlich eher darum, so Clownstechniken zu nutzen für die Bühne in anderer Art und Weise. Das bringt ja immer sehr, sehr viel. Ein Clown ist eine, ja, wie beschreibt man einen Clown? Clown ist eine gescheiterte Persönlichkeit, die es aber immer wieder schafft aufzustehen und das Positive in allen Dingen zu sehen und Clown ist in erster Linie auch dafür da und das ist das Hauptaugenmerk eines Clowns, Menschen zum Lachen zu bringen und das sind so Dinge, die mir alle sehr am Herzen lagen und liegen und deswegen lag es auch nahe, wirklich mit einer Clown-Ausbildung zu starten. Eigentlich wollte ich erst da einen Workshop besuchen, das war aber so interessant, dass auch der Leiter der Clown-Schule gesagt hat, hier Michael, ich merke doch, du bist da mit vollem Herzen dabei, du wärst auch ein richtig geiler Clown, mach doch eine richtige Ausbildung und das ist dann tatsächlich so passiert. Direkt nach diesem Workshop war die Aufnahmeprüfung für die Clown-Schule und ich dachte, komm, wenn ich schon mal da bin, mache ich doch nochmal mit und habe dann berufsbegleitend die Clown-Ausbildung gemacht. Ich bin noch nicht ganz fertig, da einige Workshops jetzt auch ausgefallen sind wegen Corona, andere ich nicht besuchen konnte aufgrund meiner ganzen anderen Bühnentätigkeiten und Tätigkeiten als Konzertveranstalter und so, aber mir fehlen nur noch ganz wenig Scheine und dann bin ich tatsächlich ein staatlich anerkannter Clown-Schauspieler. Klingt auch sehr spannend, also dann kann man dann ja das ganze Clown-Handwerk in deinen Auftritten wieder miterleben, wobei du nicht als Clown noch trittst, sondern es einfach einfließen lässt in deine bisherige Tätigkeit. Genau, ganz richtig. Ja, dann lass uns darüber sprechen, über den Clown an sich. Es gibt ja verschiedene Arten von Clowns. Es gibt ja diesen typischen Zirkus-Clown, den wir glaube ich alle schon mal gesehen haben und dann gibt es an Rand dessen noch den sogenannten Weißclown. Ist der dir in deiner Ausbildung auch begegnet, was so ein Weißclown ist? Ja, erstmal in erster Linie ist es natürlich so, dass ein Clown ist man nicht unbedingt sofort, wenn man sich schminkt und sich lustige Klamotten anzieht, dann ist man nicht unbedingt ein Clown. Und Clown kann, glaube ich, auch nicht jeder sein, sondern du brauchst auch diese gewisse Esprit und ein bisschen Talent auch, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Und klar gibt es verschiedene Arten des Clowns. Der allgemein bekannte Zirkus-Clown ist ja auch einer der Weißclown zum Beispiel. Weißclown ist, es gibt verschiedene, man arbeitet auch bei der Clowns-Arbeit mit Status und es gibt den Clown, der quasi über allen steht, das ist der sogenannte Weißclown. Er ist meist seriös, intelligent und das ist der, der im Grunde alles kann und sich auch für den Besten hält. Und dann hat er aber, ein Weißclown ist halt immer nur so gut wie sein dummer August, den er dabei hat. Das ist quasi sein Sidekick. Das ist sein Assistent, der für ihn alles machen muss, der immer als der Trottel dasteht. Aber am Ende ist der dumme August natürlich der, den das Publikum auch deutlich, mit dem man mehr sympathisiert, weil es ja der Liebe ist, der immer unterdrückt wird. Und die Clowns-Arbeit sieht im Grunde, wenn man mit dem Weiß- und dem dummen August-Clown arbeitet, immer im Grunde so aus, dass die ganze Zeit mit Status gearbeitet wird. Der Weißclown steht über dem dummen August, kontrolliert ihn. Am Ende ist es aber so, dass der dumme August eigentlich der lachende Sieger ist. Ja, das ist ja auch so ein Prinzip, was, ich glaube, gerade in den 90ern auch so im, ja, ist denn da Comedy-Kabarett-Bereich genutzt wurde, wo es auch so Kabarett-Dos oder Comedy-Dos gab, wo immer eine so intelligentere war und der andere auch die dummen August gespielt hat. Der wurde das ein bisschen über den Fragen, ne? Da hat man das auch schon mal gesehen. Genau, das ist genau das Gleiche. Also das ist quasi aus der Clowns-Arbeit entnommen. Ja, ist interessant, wie das doch Einfluss auf alle Bereiche hat. Gut, gerade die Comedy lehnt sich, glaube ich, oft daran an. Man hat auch gerne so Slapstick-Einlagen, die auch oft aus so Clowns-Sachen zurückkommen, die man dann schon im Zirkus gesehen hat oder so. Also es hat sehr starke Einflüsse auch da drauf, muss man einfach sagen. Absolut. Ja, du hast jetzt gesagt, du bist Clown über eine Ausbildung geworden. Wie wird man denn normalerweise Clown? Geht das immer über den Weg, den du gewählt hast? Oder gibt es da auch andere Wege, wie man da hinkommen kann? Naja, man kann ja auch, man wird ja auch Schauspieler auf der Schauspielschule gewesen sein. Das gibt es ja schon. Aber natürlich muss man irgendwo das Handwerk lernen. Das ist ja nicht einfach so, dass man, man braucht Talent, klar, aber man braucht gewisse Techniken. Es gibt gerade die Clowns-Schule, die ist zum Beispiel so aufgebaut, dass man verschiedene Workshops, verschiedene Seminare in verschiedenen Bereichen hat, wo man sich spezialisiert. Da gibt es Stimmtraining natürlich. Akrobatik ist auch ein wichtiger Teil eines Clowns. Das ist Jonglage, Körpertraining, Gesang, Musik, auch Slapstick, auch Fallübungen. Es ist alles Mögliche dabei. Und am Ende sucht man sich dann quasi zwei Vertiefungsmodule aus, auf die man sich ein bisschen spezialisiert, wie bei einem Studium. Und was auch besser zu einem passt irgendwie. Jeder Clown ist anders. Es ist auch nicht so, dass du eine Clownsfigur aufgesetzt bekommst, sondern du entwickelst deinen eigenen Clown aus dir heraus im Laufe der Ausbildung. Und natürlich brauchst du Ausbildung oder auch Auftritte, um dich irgendwie dann an deinen Clown zu erkennen. Und es gibt auch Leute, die sicherlich ohne Ausbildung ein vorausragender Clown sein können, aber die brauchen trotzdem Übung. Übung macht den Meister. Ja, das stimmt. Ist das beim Clown wie bei unserem, ja sonst gemeinsamen Thema, beim Thema Wrestling? Man nimmt einen Teil seiner Persönlichkeit und dreht das weiter auf, um es dann in die Rolle als Clown einfließen zu lassen? Ja, also beim Wrestling ist es ja so, dass man auch Charaktere aufgedrückt bekommt, die man darstellt, die eigentlich mit einem nicht selber was zu tun haben, in den meisten Fällen. Die besten Charaktere, die erfolgreichsten Charaktere im Wrestling-Business sind einfach eine Erweiterung oder eine Extremisierung des eigenen Charakters. Und die wirkten immer am besten, die wurden am besten. Und im Grunde kann ein Clown auch nur... jemand sein, der selber schon in einem gesteckt hat. Genauso ist es, wie gesagt, beim Wrestling, ein The Rock zum Beispiel, der wurde erst dann erfolgreich, als er sich selber richtig darstellen durfte, als er selber seinen eigenen Charakter vielleicht natürlich ein bisschen passifliert oder vielleicht sogar ins Extreme getrieben hat und dadurch einfach erfolgreicher war. Ebenso Steve Austin, das sind die Wrestler, die mit anderen Gimmicks nie so einen Erfolg gehabt hätten, als wenn sie jetzt sich selber dargestellt hätten. Ja, das stimmt. Also immer dieses, ein Teil von sich selbst auf die Spitze treiben, ist, glaube ich, der beste Weg, um eine gute Rolle darzustellen. Ganz genau. Das sieht man, glaube ich, auch bei Schauspielern. Ich habe das zuletzt mal in einem Artikel gelesen über einen Nicolas Cage, wo auch gesagt wird, Nicolas Cage spielt nicht diesen verrückten Charakter. Nicolas Cage ist in seinen Grundlagen dieser verrückte Charakter. Und der dreht ihn einfach nur weiter auf in seinen Filmen. Das ist richtig. Dafür hat er aber jetzt aktuell auch nicht so vielseitige Rollen. Also ein Schauspieler, da ist es nochmal anders. Ein Schauspieler, der muss einfach auch vielseitig facettenreich sein. Der muss in andere Charaktere schlüpfen können. Ein Schauspieler verkörpert in den seltensten Fällen seine eigene Persönlichkeit nochmal krasser. Aber Nicolas Cage ist da natürlich ein Gegenbeispiel. Könnte auch was damit zu tun haben, dass er nicht mehr in so großen Filmen insgesamt mitspielt. Ich mag Nicolas Cage gerne. Ich mag auch seine aktuellen Rollen, die er so ein bisschen hat. Gefällt mir schon ganz gut. Aber ich würde ihn nicht in einem Atemzug mit einem Leonardo DiCaprio oder, keine Ahnung, nennen. Nein, das stimmt. Robert De Niro. Nee, die sind nicht so ganz auf eine Art ihres Schauspiels, sagen wir es mal so. Aber auch The Rock zum Beispiel. Der spielt ja auch immer ähnliche Rollen. Ich würde jetzt nicht sagen, The Rock ist ein wahnsinnig guter Schauspieler. Das ist er nämlich nicht. Aber er ist ein unglaublich charismatischer Typ. Der einfach seine Nische gefunden hat und dadurch auch super erfolgreich ist. Ja, das ist ja ähnlich mit Vin Diesel zum Beispiel. Das ist auch ein sehr erfolgreicher Schauspieler. Aber der spielt ja auch meist die gleiche Rolle. Leicht variiert. Das ist richtig. Aber ich würde The Rock noch weit über Vin Diesel stellen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, vom Charisma auf jeden Fall bin ich da voll ganz bei dir. Gut, kommen wir zurück zu den Clowns. Was muss man mitbringen, um Clown zu werden? Man muss auf jeden Fall einen gewissen Humor haben. Man muss auch über sich selber lachen können. Man muss sich selber auch hinter den Lacher stellen. Der Lacher oder das Amüsement des Publikums ist wichtiger als die Person selber. Aber man muss trotzdem von sich überzeugt sein. Und man muss das auch ausstrahlen. Diese gebrochene Persönlichkeit, diese gescheiterte Persönlichkeit. Und trotzdem positiv denken und positiv rüberkommen. Also ein Clown, der macht so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, keine Ahnung, der spielt Flöte. Probiert ganz, ganz lange, ob er überhaupt Flöte spielen kann. Hat die Flöte bei sich als Werkzeug. Und am Ende nimmt er die Flöte und macht so ein, zwei Töne, die vielleicht auch schräg oder schief sind. Aber das Publikum feiert das. Und gerade die Arbeit dahin, dass man sowas auch macht, ist total gut. Natürlich gibt es auch Clowns, die jetzt super talentierte Jongleure oder sowas sind. Das packt man aber nicht gleich am Anfang, sondern das ist dann quasi das Highlight der Show am Ende. Dass er eine Hinarbeiter am Ende wirklich so toll jonglieren kann. Es gibt verschiedene Bereiche. Also ein Clown, man kann nicht sagen, der braucht eine gewisse Sache, sondern ein Clown lebt auch von seiner Vielfältigkeit. Also im Grunde hast du in dem Auftritt des Clowns so eine Entwicklungsgeschichte. Ganz genau. Das ist immer das Beste. Generell, wenn eine Geschichte hinter irgendwas steckt, ist es immer am schönsten. Klar kann ein Clown im Zirkus einfach in die Manege kommen und immer mal hinfallen, über Sachen fallen. Dann lachen die Kinder. Aber ich finde, ein Clown, ein anspruchsvoller Clown, das haben ja die großen Clowns auch gezeigt. Ein Krog, ein Popov, ein Rivell, das sind die großen Clowns. Die hatten immer sehr, sehr viel Anspruch in ihren Nummern. Und das war schon was Besonderes. Oder auch ein Charlie Chaplin, das ist ja auch ein Clown. Und Charlie Chaplin ist einer der größten Künstler, Filmemacher aller Zeiten. Ja, das stimmt. Und es ist ja wirklich generell so im Bereich von Auftritten mit einer Geschichte verknüpft, ist das Ganze immer besser und auch für den Zuschauer besser nachzuvollziehen, als man einfach nur Aktion an Aktion bindet und damit vielleicht auch die Leute einfängt. Aber nicht so stark, als wenn man jetzt wirklich eine Geschichte damit aufbaut. Ja, absolut. Hast du gut gesagt. Lass uns in die Medien einsteigen. Clowns haben leider oft in den Medien, auch so im Film- und Serienbereich, so ein bisschen den negativen, den gruseligen Aspekt. Und das haben wir erlebt, ganz stark im Bereich der Horror-Clowns in den Medien. Gerade in den 2010er Jahren, also 2013, ging es, glaube ich, sehr intensiv los mit diesen ganzen Horror-Clowns, wo wirklich Leute mit Clowns-Wasken aufgetreten sind und andere Menschen erschreckt haben. Es ging so weit, dass es welche gab, die mit Waffenattrappen aufgetreten sind, also jetzt von Baseball-Schläger über Schusswaffenattrappen, damit Leute erschreckt haben. Wie stehst du zu dieser Art von Clown-Auftritten? Das fing ja mit diesen versteckten Kameras, mit den Hidden Cams und diesen Pranks an. Gerade aus Amerika ist das gekommen. Das fand ich am Anfang relativ witzig. Aber als es dann wirklich so, ja, sich so ausgeweitet hat, dass das viele auch wirklich als Spaß gemacht haben und Menschen richtig erschreckt haben. Und da gab es ja dann auch leider ein paar unschöne Vorfälle in dieser Zeit. Das war natürlich einfach nicht gut, das war nicht schön. Hat natürlich auch ein schlechtes Licht auf die Clowns geworfen. Aber letzten Endes war es nur eine Phase, die dann schnell vorbei war. Witzigerweise hat mich die Fulderer Zeitung damals zu dem Zeitpunkt, also ich komme ja aus Fulda und stehe in Fulda auch öfters mal im Rampenlicht. Und die Mann wusste, man hatte ein paar Monate vorher einen Artikel veröffentlicht, ein Interview mit mir, wo ich über meine Clown-Ausbildung gesprochen habe. Dann gab es einen Artikel über Horrorclowns und ich bin dann quasi als Experte dazu gerufen worden, wie ich das finde, diese Horrorwelt. Das fand ich ein bisschen witzig. Aber das steckt natürlich auch relativ drin, das hat ja eine alte Geschichte. Also John Wayne Gacy zum Beispiel als Beispiel, das ist ja einer der bekanntesten Serienmörder überhaupt, der viele junge Männer und Jungen umgebracht hat, in der Kostümierung eines Clowns. Und das ist ja auch der, der, glaube ich, im Guinness-Buch der Rekorde steht, für die längste Haftstrafe, die je ein Serienmörder bekommen hat. Ich glaube, 21-mal lebenslang und 12-mal die Todesstrafe, irgendwie sowas. Also wenn im Hintergrund irgendwie rascheln wir, das sind keine Clowns, die bei mir umherlaufen, das sind meine Katzen. Unsere neue Katze, die sich ein wenig hier in der Wohnung herumtollt. Nee, aber John Wayne Gacy ist ein gutes Beispiel, aber so ganz auch aus der klassischen alten Literatur, aus der Kunst, da auch ganz, ganz viel. Der Bagliazzo aus dem Pagliacci, das ist so eine ganz alte Oper, das war auch ja so ein Clown. Also Clowns gab es schon immer, Hofnarren und so weiter. Und es gab auch böse Hofnarren in der Geschichte, quasi die, es gab Geschichten, dass Narren ihren Meister ermordet hätten und sowas. Daher basiert das. Und das ist natürlich, das ist natürlich, wenn du eigentlich eine Figur hast, die Menschen zum Lachen bringt, die aber innen drin böse ist, dann sorgt das natürlich für Aufsehen. Und das macht diesen Charakter, ich meine, wir werden gleich auch bestimmt über so Leute wie den Joker oder sowas reden, macht diesen Charakter ja nochmal interessanter. Weil es ist ja quasi das Gegenteil nochmal umgedreht und das finde ich total spannend an solchen Charakteren. Deswegen gibt es ja auch wirklich viele, viele böse Clowns. Das finde ich dann schon interessant und spannend. Ja, der Clown ist halt eine Figur, die man als Kind immer sieht, als der, der ja lustige Späße macht. Aber wenn man als Erwachsener drauf guckt, merkt man halt, der ist viel facettenreicher, steckt ja viel mehr drin. Wir haben einmal, wie eben schon gesagt, diese Entwicklungsgeschichte, dann haben wir diese Phasen des Scheiterns, unterwiederung des Lustigwerdens, des darüber hinwegkommens und dann was Lustiges draus machen. Und da gibt es halt auch diese, wie du schon gesagt hast, diese Clowns, die eher dem Bösen verfallen sind. Auch aus der Geschichte. Und da werden wir gleich auch so ein paar uns in Serienfilmen anschauen. Du hast schon Joker angesprochen. Aber es gibt da noch ein paar mehr und wenn wir so in die Seriengeschichte schauen, fangen wir doch mal in den Animationsbereich an. Und zwar gibt es da so einen ganz bekannten Clown bei den Simpsons. Und ich rede jetzt nicht mal von Krusty, das ist ja eher der Blödel-Clown, den man da, primär Blödel-Clown, da gibt es auch eine Hintergrundgeschichte. Aber ich rede eher von seinen Sidekicks und zwar von Tingle Tangle Bob zum Beispiel. Wie findest du den Tingle Tangle Bob? Ja, das ist ja, also ich meine, bei den Simpsons sind ja im Grunde, lassen wir mal, seid schon mehrere erstmal außen vor. Aber Krusty und Bob sind ja im Grunde eigentlich von Natur aus böse. Wobei später dann bei Bob natürlich, der wird ja dann irgendwann zeitweise auch mal lieb und so. Aber eigentlich ist es ja böse, die Wut ist entstanden aufgrund des Hasses des noch böseren Krustys, der ja eigentlich aber von den Leuten irgendwie geliebt wird. Ich find die Charaktere super, die sind natürlich, gehören die zu meinen absoluten Lieblingscharakteren bei den Simpsons. Ich bin jetzt nicht mehr so ganz auf dem Laufen, was die aktuellen Episoden angeht. Vielleicht schaue ich mal wieder durch Disney Plus mal wieder. Sie sind ja auch gar nicht so schlecht, wie sie gemacht werden. Krusty ist natürlich ein herausragender Charakter bei den Simpsons. Aber einer meiner absoluten Lieblingscharakteren ist natürlich Sidejoe Bob, ganz klar. Aber auch aufgrund seiner Stimme im Original. Den wird ja nämlich von Kelsey Crammer gesprochen. Das ist der Darsteller von Frasier unter anderem. Und das ist ja einer, der hat ja so eine fantastische Stimme. Ich liebe seine tiefe Stimme, wenn er dann... Und die Stimme im Deutschen ist bei weitem nicht so gut, wie sie im Original ist. Ich liebe diese Stimme einfach und die ist fantastisch. Und der Charakter ist auch einfach cool. Also das sind tolle Clowns, die natürlich eigentlich auch wieder die Bösen in dem Fall sind. Das passt dann mal wieder. Ja, das ist... Das Verrückte ist wirklich, dass Single Tangle Bob eingeführt wird als jemand, der eigentlich gar nicht so böse ist. Also sagen wir mal in der Chronologie der Geschichte. Als Assistent von Krusty, den diese Oberflächlichkeit von Krusty so anbietet. Und den er deswegen quasi von der Bühne haben will. Weil ihm der Clown an sich, diese Clowns-Rolle, viel wichtiger ist als das, was Krusty da macht. Und da wandelt er sich halt zum bösen Clown. Der wird im ersten Überfall andichten vom Quickie-Markt. Und ja, wird dann aber von Bart überführt. Und dadurch entsteht dann auch so ein bisschen dieser Hass auf Bart Simpson. Und ich denke, es ist ja, Bob entwickelt sich immer mehr zum Psychopathen. Ja, er wird ja wirklich richtig größenwahnsinnig und so. Und das ist schon, das passt dann auch irgendwie. Und ich mag wirklich sein, dieses Lachen, was er da hat. Und das musst du, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Verfechter, dass ich sage, man muss alles im Originalton schauen. Auch gerade bei den Simpsons nicht, die wirklich eine gute Arbeit leisten. Auch die deutsche Synchronisation. Auch immer noch. Auch nach dem Tod einiger der deutschen Synchronsprecher. Aber Sideshow, Bob, deswegen sage ich es auch vom Englischen. Den musst du dir auf Englisch anschauen. Diese Stimme von Kelsey Cremmer, die macht einfach so viel mehr irgendwie aus. Witzigerweise, ich bin ja auch ein großer Frasier-Fan. Das ist ja auch einer meiner Lieblings-Sitcoms überhaupt. Der hat ja in der Serie auch einen Bruder, Bob. Und der heißt Cecil. Und der tritt ja, glaube ich, in einer Folge auf jeden Fall. Ich glaube, der kommt noch mal wieder in einer zweiten Folge. Und der wird im Original auch gesprochen von Niles Quayne, quasi dem Bruder aus der Serie Frasier Quayne. Das finde ich ganz witzig. Aber das ist nur ein kleiner Fun-Fact. Ja, du hast es schon gesagt. Tinketang Mel, der Bruder von Bob. Ich weiß, es gab da zwei, drei Folgen. Der Mel ist nicht der Bruder von Bob. Nee, nee, Quatsch. Tinketang Mel ist quasi der Ersatz, nachdem Bob weg ist. Genau, genau. Genau, Cecil ist der Bruder. Ja, stimmt. Tinketang Mel ist quasi der Ersatz von Bob. Dann der ein bisschen... Ja, wie beschreibt man Tinketang Mel besser? Der ist wirklich so der... Ja, der einfache Ersatz von Tinketang, Bob. Tinketang Bob ja der Hochintelligente, der ja auch über die Rolle des Clowns hinaus sehr viel so mit Wissen auftrumpfen kann. Und auch gerade dadurch zu einem interessanten Antagonisten bei den Simpsons ist, weil er halt auch sich mit Lisa messen kann. Was ja kaum eine Figur in den Simpsons kann. Und bei Mel ist er ja so ein bisschen... Ja, der ist... Ich finde, der wird deutlich einfacher dargestellt. Oder wie findest du das? Ja, also es ist so, der lässt sich natürlich auch nicht alles gefallen von Quasti, aber er kann damit schon ganz, ganz, ganz gut umgehen. Und er wird einfacher dargestellt, ja, weil er so quasi die Karikatur des, ja, wie soll man sagen, primitiven Wilden mit diesem Knochen und so weiter am Anfang ist. Aber der ist ja jemand, der sich auch sehr gewählt ausdrücken kann und auch sehr, sehr intelligent ist. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, das wieder, dass der Clown halt keine dumme Figur ist, sondern wiederum jemand, der halt in der Rolle ist, aber wo auch viel mehr hinter steckt. Ganz genau. Ja, die Simpsons ist eine Serie, die immer wieder so viele Gesellschaften auf die Sachen aufgreift. Und wie gesagt, gerade der Clown ist ja da auch ein ganz großes Thema. Du hast gesagt, Krusty ist auch noch dabei. Krusty, der ja an sich so der, ja eigentlich wirklich der böse Clown ist, aber hinter den Kulissen der böse Clown ist. Vorneweg immer der Lustige, der alle bespaßt. Und hintenrum dann, egal was man ansieht, ob man seine Versuche, sich Geld zu kriegen, wird, wie er um seine Schulden rumkommt. Oder wie er an Sachen rankommt, die ihm eigentlich nicht gehören. Also sehr viele Aspekte, die Krusty da hat. Lass uns mal in die deutsche Fernsehlandschaft springen. Und im deutschen Fernsehen gab es mal eine Action-Serie mit dem Namen Der Clown. Erinnerst du dich noch an diese Serie? Ja, auf RTL lief das damals. Das war so eine Action-Serie. Ich glaube, der hat immer eine, ich habe das tatsächlich nicht geschaut. Deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber Sven Martinek war das, glaube ich, der Hauptdarsteller, wenn ich mich richtig erinnere. Der war aber auf der guten Seite. Genau. Das war halt jetzt kein böser Clown. Das war im Grunde, ja, wie soll ich zeichnen? Das war eine sehr Action-getriebene Serie, die gerade hier so, ich komme ja aus dem Rheinland, die hier so in dem Reich Düsseldorf-Köln gespielt hat sehr viel. Und ja, der Clown war einfach ein, ja, was kann man da für eine Rolle? Er wurde zwar von der Polizei gejagt, das war so ein bisschen wie so eine Art Dr. Kimbel, der aber immer, ja, fürs Gute angetreten ist. Der Grund, seine Grundmotivation war, dass er im Grunde die Ermordung seines besten Freundes rechnen wollte. Und er war Agent und ist dann in diese Clowns-Rolle geschlüpft und wurde entsprechend, wie gesagt, von der Polizei gejagt, hat dann immer für das Gute gekämpft. Das muss ja ganz grob zusammenzufassen. Eine Serie, die über sogar, wie lange ist sie gelaufen? Die ist, glaube ich, bis Anfang 2000 sogar noch gelaufen. Also vier Jahre. Hat unter 50 Episoden. Also ich denke mal so, zwei Staffeln werden es gewesen sein. Und ein paar Filme wurden dann auch inszeniert. Und da waren es mehr Staffeln, noch kurz zu überlegen. Kann doch sein, dass es mehr war. Aber auf jeden Fall eine Serie, die relativ kurz war für die damalige Serienzeit noch, weil die wurden da ja noch länger, aber trotzdem sehr gut angekommen ist im deutschen Fernsehen, weil es halt mal was anderes war. Du hast halt den Clown wirklich mal in die Rolle versetzt, des Guten und nicht des Bösen. Und die Maske wurde halt genutzt, um sich dahinter zu verstecken und nicht die eigene Identität rauszugeben. Das ist halt oft dieses Prinzip auch von Masken, was man ja auch im, wiederum Westing, wo wir später drauf kommen, nochmal haben, wo die Maske generell, also gerade Mexikansch Westing ja auch ist, um quasi sein eigenes Gesicht noch zu verstecken und nicht zu zeigen, wo der Verlust der Maske dann wiederum etwas sehr Tragisches ist. Und hier ist halt auch, um sich selbst quasi dahinter zu verbergen und fürs Gute aufzutreten. Das war so die Rolle in dieser Serie. Also mal eine andere Sicht auf den Clown. Nicht den Wahnsinnigen, sondern den Hilfsbereiten, der für was Gutes einsteht. Dann lass es komplett in die Horrorecke einmal wechseln. Hast du die Serie American Horror Story verfolgt? Ja, aber tatsächlich nicht alle Staffeln. Und auch die Staffel, auf die du jetzt zu sprechen kommen möchtest, das ist ja so eine Anthologie-Serie, wo man auch nicht alles gesehen haben muss. Finde ich eigentlich ganz spannend, finde ich ab und zu mal ganz cool. Ich habe die ersten drei Staffeln, glaube ich, damals relativ am Stück gesehen, weil ich fasziniert war. Aber irgendwann hatte man dann auch so ein bisschen genug. Da kommen noch richtig geile, aber es sind auch ein paar wirklich schwache Staffeln dabei. Und die, die du ansprichst, habe ich nicht gesehen. Ich habe es dir selbst auch nicht gesehen. Ich werde es trotzdem mit reinnehmen. Ich bin bei American Horror Story auch gesprungen. Ich habe zuletzt, ich glaube, die vorletzte Staffel geguckt, weil ich die vom Titel interessant fand, weil es ein bisschen in den apokalyptischen Bereich ging. Aber über die Staffel, die ich jetzt kurz sprechen wollte, ist die Staffel Freak Show, wo wirklich eine Handlung in die 50er Jahre versetzt wird und die Geschichte eines Zirkus erzählt, der entsprechend hier als das Horrorbeispiel aufgegriffen wird. Das besondere Zirkus ist, jeder, der dort arbeitet, hat irgendein besonderes Merkmal. Und der Hintergrund ist halt einmal, wie der Zirkus abläuft und auch wie die es als Überleben kämpfen da drin. Und hier ist halt der Mörder, der hier auftaucht, wieder ein Clown. Der entsprechend Kinder entführt hat, der Menschen umgebracht hat und so weiter. Und das ist halt schon so ein bisschen wieder die Richtung, dass die Clowns wieder mehr in diese Horrorecke geschoben werden, was wir auch bei Filmen sehr häufig haben, wo wir gleich noch drauf kommen. Wie gesagt, ich finde das immer ein bisschen gruselig. Du hast das ja auch gerne bei Horrorshows, dass du Clowns hast. Es gibt ja zum Beispiel im Moviepark, in Bottrop gibt es ja dieses Halloween-Horrorfest. Da hast du auch sehr viele Clowns. Da hast du auch die Freakshow als Show-Element. Da haben die quasi eine eigene Show aufgebaut, um dieses Thema rum, also um diesen Horror-Zirkus rum. Ist interessant, finde ich immer schwierig, weil es gibt ja auch viele Menschen, die wirklich Angst vor Clowns haben, lustigerweise. Aber wie gesagt, es passt ja auch gerade ganz gut, wenn gerade die Clowns hier eigentlich was Positives darstellen sollen oder sind, wirklich als das Böse dargestellt werden. Das wirkt es dann dadurch alles auch noch mal extremer. Ich finde es gut, dass man das so macht, weil das passt ja schon. Also ich finde, ein Clown wirklich, ein bösen Clown ist es natürlich gruseliger, als wenn du jetzt einfach normaler Mensch irgendwie bist. Und das, was du angesprochen hast, heißt ja Kalorophobie. Das ist die krankhafte Angst vor Clowns. Da gibt es ja wirklich viele, die das haben. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Ja, es ist halt diese Angst, weil Clowns immer anders aussehen, als man es erwarten würde. Weil die so anders aussehen, als der, in Anführungsstrichen, normale Mensch. Das heißt mit der Maskierung, also mit der Schminke und allem drum und dran. Und das macht halt gerade Kindern öfter mal Angst, weil die das nicht zuordnen können. Weil die ja gerade so ihre Wahrnehmung entwickeln, wie Menschen aussehen. Und wenn dann so ein Clown daherkommt, der auf einmal ganz anders aussieht, dann macht das Kind dann häufig Angst. Aber das zieht sich ja auch bei manchen bis ins Erwachsenenalter. Dass die also auch als Erwachsene Clowns einfach nicht, ja, sich vor Clowns fürchten. Die einfach nicht als etwas Positives wahrnehmen können. Und da stehen natürlich dann so Horrorserien, stechen genau da rein in diese Angst und greifen das auf. Und wie du schon gesagt hast, es ist halt wirklich dieses, wenn du diese Angst vor Clowns nicht hast, dann empfindest du den Clown ja als Kind gerade, als etwas Lustiges. Jemand, der dich zum Lachen bringt, der dich begeistert. Und wenn das dann kippt in diese negative Rolle, dann hast du natürlich deutlich mehr Angst davor, als wenn das eh jemand ist, der dir vorher schon gruselig war und dann vielleicht nur böser wird. Also dieser extreme Unterschied macht den Clown natürlich zu einer guten Horrorfigur. Aber ich möchte nochmal was Lustiges sprechen. Und zwar über einen Clown, der so in den letzten Jahren in einer Sitcom aufgekommen ist. Und zwar der Clown Fisbo. Und zwar entsteht der Clown Fisbo in der Serie Modern Family. Tja, Fisbo. Also der Fisbo, ich bin ja auch jemand, der Modern Family auch tatsächlich gesehen hat. Und Fisbo ist wirklich ein Charakter, der so ein Running Gag auch geworden ist. Das wird von Cameron, also Eric Stone Street dargestellt, der den Cameron ja spielt. und dessen Mann, späterer Mann, Mitchell, überhaupt nicht damit zurechtkommt, dass Cameron früher als Clown auch aufgetreten ist. Aber da merkt man auch, dass Cameron halt der Clown total wichtig ist. Weil wenn man erstmal einen Clown hat oder ist, dann kann man davon auch nicht mehr lassen. Und das ist so eine wiederkehrende Story da auch. Der hat dafür, ich glaube, das erste Mal trat er in der ersten Staffel bei Modern Family auf, bekommen als, ist es noch da? Ja, noch da. Alles gut. Irgendwas hat da gerade gefiebt. Irgendwas hat gerade gefiebt. Okay. Nochmal? Alles gut. Er hat sogar in der ersten Staffel als dafür ein Emmy bekommen. Als, glaube ich, bester Nebendarsteller. Genau diese Rolle in der ersten Staffel, als der Fispo-Charakter das erste Mal aufgetreten ist. Also Modern Family, auch eine tolle Serie. Gerade die Story zwischen den beiden, wenn er immer mal als Fispo auftritt, ist wirklich toll und empfehlenswert. Ja, und witzig ist dann auch, wie sie ihre, kriegen ja dann ein Kind, also holen sie aus Vietnam, quasi ihre Tochter, Lili, und die soll dann später in die Fußstapfen von ihrem Vater treten. Und sie wird ja dann so ein bisschen zu diesem bösen Clown, der den anderen immer mit irgendwas umhaut und wirklich dann diese etwas, ja, diese abgedrehte Rolle einnimmt, wo der Cameron immer einstecken muss und sie ihn quasi immer für die Lacher immer irgendwie bereits vor dem Kopf zieht oder sonst was. Ganz genau. Das ist auch lustig, diese Unterscheidung dann nochmal zu machen. Ja, die Rolle ist einfach toll gemacht mit dem Clown. Der taucht immer wieder auf, dann hat er so Szenen drin, wie dass er quasi nachts, wenn er schlafwandelt, dann Clown-Schlaf wandelt er, er schminkt sich dann also als Clown und verkleidet sich und geht dann so wieder ins Bett und einfach sehr lustig aufgenommen, die Rolle des Fispo. Und wir haben auch in der Serie jemanden, der Angst vor Clowns hat, ne? Ist es Phil wahrscheinlich? Ich weiß gar nicht. Ja, genau, natürlich ist es Phil. Wer auch sonst? Ja, der Schwager im Grunde von Cameron hat Angst vor Clowns. Das wird auch, Anfang hat er da nicht so offen drüber gesprochen, kommt dann aber irgendwann raus, weil im Grunde Fispo auf der Geburtste, auf den Geburtstag von seinem Sohn auftaucht und er dann immer vor dem abhaut. Aber im Laufe der Staffeln kann er sich auch immer mehr damit arrangieren und sich an den Clown gewöhnen und seine Angst auch so ein bisschen ablegen. Das ist auch ganz schön dargestellt, dass man also Ängste auch einfach wieder loswerden kann, egal wie lange die schon verwurzelt sind. Und das haben sie auch schön verpackt. Ja, das ist so der lustigste Clown aktuell finde ich im Serienbereich. Wobei die Serie ja jetzt leider auch zu Ende geht nach elf Staffeln, aber auf jeden Fall eine Empfehlung, mal in Modern Family mal reinzuschauen. Lass uns in den hilfreichen, aber auch tragischen Clown-Bereich kommen, im Filmbereich, und zwar zu Patch Adams mit Robin Williams. Die Figur von Patch Adams, ist den Clown, der im Krankenhaus Kinder fröhlich macht, beruend auf einer wahren Gegebenheit und sagt, Lachen hilft auch bei der Genesung oder zumindest, dass sie sich wohlfühlen. Wie gefiel dir der Film Patch Adams? Es ist schon ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Ich bin natürlich großer Robin Williams-Fan früher gewesen und fand das schon fantastisch, wie er den auch dargestellt hat. Das war auch so eine wichtige Rolle für ihn selber. Patch Adams, den gibt es ja wirklich, beruht nicht nur auf einer wahren Begebenheit, sondern das ist wirklich eins zu eins. So diesen Menschen gibt es. Ja, ich weiß. Freunde von mir haben den auch übrigens jetzt vor einigen Jahren kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet, also Frauen mit Clowns von mir. Die haben eine Doku gedreht über Clowns, das Erbe der Clowns heißt er, glaube ich. Und da ist auch ein Kapitel über Patch Adams und da haben sie ihn eine Zeit bei der Arbeit begleitet. Da können wir ja gleich das Thema Klinik-Clown auch mit hineingreifen. Das ist jemand, der wirklich als Clown, gerade vor allem bei Kindern irgendwie ist und Kinder im Krankenhaus, die schwer krank sind, auch irgendwie so zum Lachen bringt, mit Hilfe auch des Pflegepersonals immer mit dabei und sowas. So Klinik-Clowns ist eine ganz, ganz tolle Sache. Viele machen das, viele Freunde von mir machen das tatsächlich auch. Die haben Vereine, Klinik-Clown-EVs, sind in Altenheimen, sind in Kinderhospizen auch. Also es ist eine richtig schwere Arbeit. Ich werde da im nächsten Monat auch zweimal mitgehen und das erste Mal quasi auch sowas mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall ein hartes Brot, aber es ist auch wunderschön, wenn du so ein Kind, das Kind weiß, das Kind hat nicht mehr lange zu leben und du bringst es trotzdem zum Lachen. Das Kind weiß es ja auch und das ist schon eine harte, aber wichtige, wichtige Arbeit. Und Patch Adams ist quasi der bekannteste aller Klinik-Clowns und dieser Film mit Robin Williams ist ja auch wirklich, klar, es ist ein bisschen Hollywood so, aber vieles, wie es da im Film dargestellt wird, das ist halt auch wirklich in Wahrheit so. Und Patch Adams ist immer noch jemand, der noch immer quasi der Arbeit als Klinik-Clown nachgeht und der auch mittlerweile auch bei Clowns ohne Grenzen da tatsächlich auch aktiv ist, Sozialaktivist und auch da sehr, sehr vielen Menschen mit Lachen hilft. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Ja, du hast es schon gesagt, es ist halt eine wahre Figur, das wollte ich eigentlich auch damit ausdrücken. Also Hunter Adams, Hunter Patch Adams ist natürlich der entsprechende Mensch dahinter, ist amerikanischer Arzt, der, ja, seit 1945 ist er geboren, ist also auch schon ein paar Jährchen dabei. Und auf seiner Grundlage wurde halt der Film entsprechend gedreht. Robin Williams, glaube ich, in der Rolle eigentlich perfekt besetzt, weil Robin Williams so ein bisschen diese lustige, aber tragische Figur auch verkörpert und was halt auch sein Leben so ein bisschen ist. Und da halt die Rolle so schön spielt. Ich finde einfach klasse, dieser Ansatz, dass man sagt, wenn wir den Menschen auf medizinischem Weg, weil Hunter Adams natürlich auch Arzt ist, nicht weiterhelfen können, also mit Medikamenten oder Ähnlichem, dann versuchen wir jetzt zumindest ihnen ein gutes Gefühl mitzugeben. Also durch das Lachen, was gerade auch für jemanden, der im Sterben liegt, der im Hospiz oder sonst wo ist, sehr wichtig ist, um die letzten Tage auch genießen zu können, dass man nicht nur in seiner Trauer oder seiner traurigen Situation einfach vor sich hin lebt, sondern wirklich das noch ein bisschen genießen kann. Ja, genießen kann man was böse, aber ein bisschen genießen kann. Hast du gut gesagt. Ja, dann müssen wir wieder ein bisschen die ganzen, ja, ich glaube, wir fassen mal ein bisschen die Horrorclowns zusammen, bevor wir zu einem der größten davon kommen. Und zwar haben wir ganz unterschiedliche Gestalten. Wir hatten bei Poltergeist Clowns-Puppen, die lebendig wurden. Wir haben beim Haus der Tausend Leichen haben wir die Hauptfigur, die Captain Spaulding, auch wieder einen Clown, der da für die ganzen Morde zuständig sind. Wir haben bei Zombie-Lensiv... Ja, das ist ja nicht ein Haus der Tausend Leichen. Sid Haig übrigens, der letztes Jahr von uns gegangen ist, großer Schauspieler, aber Captain Spaulding war im Grunde seine, ja, eigentlich eine seiner coolsten Rollen, muss ich irgendwie sagen. Ich mochte Haus der Tausend Leichen sehr und auch Devil's Reject als Fortsetzung gab es, glaube ich, noch mal Free from Hell, nur noch mit einem Teil. Das ist auch so eine Familie, auch so ein bisschen freakige Familie, um die es da geht, so ein bisschen Road-Movie-mäßig, aber auch Horror von Rob Zombie mit auch Sherry Moon Zombie, der Frau von Rob Zombie, in einer coolen Rolle. Mochte ich sehr, mochte ich wirklich irgendwie sehr, aber ist auch nicht jetzt so gut gealtert, kann man sich aber immer noch mal anschauen und die Clowns-Puppe aus, 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 Hello, ne, was Poltergeist, die du erwähnt hast, genau, aus Poltergeist, ist natürlich auch, das ist eine krasse Szene mit dem kleinen Jungen, so was, aber taucht auch ja noch ganz kurz auf, aber hat damals auch für sehr, sehr viel Horror gesorgt irgendwie. Ja, kann ich mir vorstellen, weil das hat auch so ein, so ein extremer Horror-Schritt war, weil Poltergeist für mich auch einer der besten Horror-Filme ist und den kann man auch heute noch gucken. Den kannst du auf jeden Fall heute noch schauen. Ich meine, ich sitze noch nicht so alt wie Poltergeist, aber ist trotzdem irgendwie, klar, auch von der Gewaltästhetik, ist halt ein Rob-Sombie-Film, muss man mögen und dann kann man es schauen, wenn man es nicht mag, dann schaut man es lieber nicht, man hat nicht viel verpasst, aber ich mochte es damals sehr gerne. Ja, ich glaube, Rob-Sombie ist ein bisschen wie Tarantino, man mag es nur, man mag es nicht, ich glaube, da gibt es nicht dieses, ich gucke es mir einfach mal an, sondern weder man mag den Stil oder man mag ihn einfach nicht. Ja, der Unterschied ist, dass Tarantino halt einfach wirklich gut ist. Ja, klar, wenn man es nicht mag, erfolgreicher. Dann ist man selber schuld. Ja, das sind halt so ganz viele Figuren. Es gab die, bei Zombieland, die Zombie-Clowns, wo halt einfach, ja, die ganz große Menschheits- Zombifizierung auch auf die Clowns übergriffen ist, also auch auf den ganzen Unterhaltungsbereich, sind da aber eher eine Randfigur, also haben da jetzt keine große Rolle, tauchen halt auch mit auf, ne? Ja, da gibt es diesen einen am Ende, also des ersten Teils zumindest, den zweiten Zombieland-Film muss man auch nicht unbedingt gesehen haben, auf dem, auf diesem, in diesem Freizeitpark, da gibt es ja diesen, diesen coolen Kampf auch mit dem Hammer und so. Ich finde ich, eigentlich fand ich irgendwie ganz nett und als ich damals, ich war im Kino, als der, dann dieser Zombie-Clown kam, da, ich habe es gefeiert, weil das hat irgendwie in dem Augenblick noch gefehlt. Ich hatte das Gefühl, irgendwas fehlte da noch und dann kam er und das war super. Also hat gepasst. Ja, da hast du recht. Also dafür, erlanden noch dieses Besondere reinzubringen mit dem Clown, war es auf jeden Fall gut. Lass uns zu einem Clown kommen, der eher so ein bisschen der Strittenzieher ist in seinem Film, und zwar den Violator in Spawn, der Clown, der quasi Spawn, wie soll man sagen, rekrutiert und dann auch sein großer Gegenspieler wird. Aber ein Clown, der jetzt nicht so dieser stumpfe, böse Clown ist, sondern der so ein bisschen so der Intrigierende und Strippenziehende Clown ist. Auch wieder dieser Hochintelligente. Wie fandest du die Rolle damals in dem Film Spawn? Ja, an den Film kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern, da gab es ein paar coole Szenen, aber ich bin ja jemand, der die Comics damals wirklich gefeiert hatte, damals als er rauskam von Todd McFarlane und da ist der Charakter nochmal leicht ein bisschen anders. Also letzten Endes ist der Clown quasi das alter Ego vom Violator, wie du es gesagt hast und der Violator ist ja einer von fünf ganz, ganz bösen Brüdern. Er ist quasi der Chef der bösen Brüder, aber letzten Endes arbeiten sie für den großen Malibolger ja letzten Endes auch noch, der ja auch der große Böse ist letzten Endes. Also der Violator ist quasi der, der Spawn damals ja auf seine Seite gezogen hat für Malibolger und auch der große Erzfeind letzten Endes natürlich, wie du es gesagt hast, von Spawn ist. Ich mochte den den Charakter des Clowns, das war ja dann so ein kleiner Dicker irgendwie, aber der, das war ja nur, das war ja nur sein Körper, den er dann genutzt hat, als er dann als Clown war. Letztendlich ist der Körper des Violators, das ist ja so ein großes, fieses Monster. Das ist ja sein richtiger Körper letzten Endes gewesen und ich finde den Charakter super, ich bin ein großer Fan und freue mich, dass Gerüchten zufolge ja wirklich Spawn jetzt irgendwann doch entweder ins Kino oder in Serie kommen wird. Ich kann es nicht mehr abwarten, weil Spawn ist, kennt man in Deutschland nicht so, aber das ist damals zumindest gerade in den Anfangsjahren eine der interessantesten neuen Serien überhaupt gewesen, die Todd McFarlane damals mit seinem Image Comics Universum gegründet hat. Ich fand es super und der Clown, der Violator, war sicherlich auch mein Lieblingscharakter im Spawn-Universum. Ja, es war auch, selbst wenn man nur den Film kennt, der Film war was Neues, der ist überhaupt nicht gut gealtert, den muss man heute nie mehr sehen, aber der war von der Geschichte halt noch was anderes. Sowas hatte man zu der Zeit noch nicht gesehen und das war schon wirklich gut. Ja. Und jetzt lass uns... Der war für die Effekte auch damals, die Effekte waren schon wirklich gut, aber auch der lief ein bisschen unter Ferner liefen, ich glaube der lief auch sehr geschnitten teilweise auch, weil es war einer der frühen Superheldenfilme, die wirklich auch für ältere Leute gedacht waren, weil Spawn ja auch so ein Charakter war, der nicht für die Kids gemacht war. Der hatte damals nicht den Riesenerfolg, ist aber noch immer ein Geheimtipp und der ist auch, obwohl er ja schon älter ist, auch relativ gut gealtert. Ja, nur die Effekte halt nicht, die sind schwierig, finde ich. Ja, die sind schwierig, aber für die damaligen Verhältnisse, finde ich, das fand ich schon gut. Also ich war damals wirklich sehr geflasht. Ich kannte noch zu empfehlen, es gibt eine Serie, damals gab es eine, ich glaube es war, es war es nicht sogar HBO, die eine der ersten Zeichenmixieren überhaupt herausgebracht haben. Das ist ein bisschen dunkler, das ist ein bisschen härter, noch krasser als der Film, im Grunde so wie die Comics auch sein sollten und dann auch am Anfang waren. Also das ist eine sehr, sehr düstere Zeichentrickserie, die ist auch sehr, sehr zu empfehlen. Ja, dann können wir die Empfehlung mal direkt mit reinnehmen, wenn das jemand gerne nochmal sehen möchte. Einfach mal nachschauen, wo man das so findet. Ja, und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsfiguren im Bereich des Horrorclown-Genres, sagen wir mal, und zwar zu Pennywise, dem großen Horrorclown im Film S, also im Stephen King-Universum und der halt auch in Erwähnung in anderen Filmen wieder auftaucht, in anderen Büchern wieder auftaucht, der im Grunde auch kein Clown ist, aber die Clowns Musk genutzt, um dadurch quasi in Unheil zu treiben. Und zwar der alle 27 Jahre wieder auftaucht und dann sich, ja, die Kinder erholt, um sich quasi davon zu ernähren und um diese zu verschrecken, immer wieder in bekannten, zu der Zeit bekannten Horrorfiguren auftaucht und sich dann in dem Buch und dem Film S mit dem Losers Club anlegt. Jackie, Pennywise, wie findest du Pennywise, die Figur? Ja, ist natürlich auch eine fantastische Figur aus der Literatur. Finde ich super gut. Auch die Verfilmungen, wie er da dargestellt wird. Tim Curry in der alten S-Verfilmung und auch, es ist Bill Skarsgård, gell, das ist Bill, oder? Einer der Skarsgård. Ja, einer von Skarsgårds auf jeden Fall. Ich weiß den Vordergrund. Eine kleine, ich glaube, der das ja auch super irgendwie macht. Und ich mochte die Neuverfilmung, den ersten Teil sehr, hat mich wirklich umgehauen, hat mich richtig gut gemacht. Den zweiten Teil fand ich sehr enttäuschend, muss ich sagen. Also wirklich sehr enttäuschend. Gerade, wenn man mit dem ersten Vergleich immer noch ein paar Grusel, da ging es mir um den Grusel, weil bei S, klar, es ist ein Grusel, es ist gruselig, aber da steckt noch so viel mehr dahinter. Wie du es gesagt hast, das ist ja nicht der Pennywise selber, sondern dieses böse Wesen, dieses S, was schon seit Ewigkeiten existiert. Und auch, ich finde, S ist eines der besten Stephen King Bücher und der hat schon einiges Gutes geschrieben, der hat auch viel Schlechtes geschrieben. So wollen wir es jetzt mal nicht. Aber der hat sehr, sehr viel Gutes geschrieben. Dafür, dass er so viel schreibt, das ist auch irgendwie ganz geil. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch mal das Buch zu lesen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Die erste Verfilmung ist ja auch gut, aber die ist weiter vom Buch entfernt. Als es eigentlich die zweite sein sollte, die ist dann jetzt auch nicht mehr ganz so am Buch. Aber es ist schon, gerade ich finde, in dem Buch ist es so toll, dass man da so zwischen den Zeiten springt. In den Filmen ist es ja wirklich geteilt, später die Alten, aber in dem Buch ist es, sind es mal die Kinder, mal die Erwachsenen und so. Das finde ich spannend, auf jeden Fall geschrieben. Und ich mag nicht die Art, wie sich Stephen King aktuell gerade entwickelt, obwohl immer noch einige sehr, sehr gute Bücher dabei sind. Aber so dieses ganze Große, jetzt zusammenzufassen, finde ich irgendwie schwierig, dieses Stephen King-Universum. Aber das ist ein anderes Thema. Man kann einfach in der Stephen-King-Episode mal drüber reden. Also, wie gesagt, Pennywise ist ein geiler Charakter, auch ein wichtiger Charakter, glaube ich, in der Literatur. Ja, Pennywise, du hast schon gesagt, einmal Tim Curry, der die Rolle auch hervorragend gespielt hat. Also er war so das größte Highlight für mich in der ersten S-Verfilmung, weil Tim Curry einfach gerade in so Rollen ein unheimlich guter Schauspieler ist. Also ich fand ihn schon in der Rocky Horror Picture Show, in seiner Darstellung da, von dem Frank Gefurter sehr gut. Und hier als Pennywise auch großartig. Und auch Bill Skarsgård, der den Clown ganz anders ansetzt. Also mit der Mimik und so, komplett anders nochmal dargestellt. Und nochmal ein ganz Stück düsterer, finde ich. Auch der macht das einfach klasse. Und der ist genau richtig besetzt für diese Rolle. Und du sagst schon, S ist ein ganz großes Werk in der Literatur. Gerade bei Stephen King taucht er halt immer wieder auf. Also S ist eine Figur, die du in der ganz dunklen Turmreihe immer wieder hast. Du hast ihn in alten Geschichten, wie Tommyknockers und Coa, dann bei Duddits und so weiter, taucht immer wieder die Figur des S auf. In Erwähnung oder in irgendwelchen Darstellungen. Das ist also ein Bösewicht, der immer wieder da ist. Und du hast schon gesagt, S ist halt nicht nur Pennywise, S ist das große Böse. Und S ist im Grunde beschrieben als die Totenlichter, die es darstellen. Also drei Totenlichter, wo die Leute im Grunde reingezogen werden. Das ist S. Aber die Figur des Pennywise immer wieder gut dargestellt. Gott sei Dank gab es nur zwei Schauspieler, die wirklich das gut gemacht haben. Weil ich glaube, die Figur kann man auch versauen, weil die doch sehr komplex ist in ihrer Beschreibung. Und da hat man immer die richtigen Leute draufgesetzt. Muss man einfach mal sagen. Ich fand die neuen Filme beide nicht schlecht. Der erste ist natürlich deutlich besser. Aber der zweite ist eine ganz andere Betrachtungsweise. Was da ein bisschen schade ist, dass, wie du schon sagst, mehr Wert gelegt wird auf diese Horror- und Jumpscare-Effekte und nicht mehr so sehr auf diese Entwicklung, was man im ersten Teil sehr stark hat. Und das war im ersten noch mal ein Stück besser. Da hast du recht. Absolut, genau. Also ich bin jetzt nicht der... Jumpscare kann man gut einsetzen, aber man muss nicht einen Film darauf aufbauen. Das ist ja das Problem von ganz, ganz vielen Horrorfilmen, modernen Horrorfilmen zumindest. Genau, das stimmt. Ja, kommen wir zu dem wohl bekanntesten Film-Clown. Und zwar zu einem, der schon von unterschiedlichen Schauspielern verkörpert wurde. Ob es jetzt Jack Nicholson war, ob es Heath Ledger war, ob es Jared Leto war oder jetzt zuletzt Joachim Phoenix. Wir sprechen vom Joker. Wer ist dein Lieblings-Joker? Ja, das ist eine gute Frage. Auch so, wie du es gestellt hast, weil für mich ist Joker auf jeden Fall jetzt kein Filmcharakter, sondern Joker ist aus den Comics. Den gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten, den Joker. Und der kommt eigentlich für mich aus den Comics erst mal, in erster Linie. Klar gibt es zwar Filmungen, aber das ist wieder was anderes. Die kam später. Erstmal ist es auf jeden Fall ein Charakter, der einfach der für mich beste Charakter in der Literatur ist. Ich bin jemand, der sehr viel liest, von wirklich allem, von anspruchsvoller Literatur bis hin zu Comics natürlich auch. Und gerade Batman, das ist ja so, die Batman-Serie ist sowas, was beides umfasst. Es ist teilweise anspruchsvoll und es ist halt auch noch ein Comic. Und ich liebe das gerne und ich mag das total gerne. Und liebe natürlich den Joker als den Charakter schlechthin. Es ist schwer zu sagen, wer der beste Batman-Darsteller, fangen wir doch damit an, ist, klar, Jack Nicholson hieß Ledger, Jared Leto, alle unterschiedlich gespielt. Auch nicht zu vergessen, ein Cesar Romero, sicherlich auch in der alten Batman-Fernsehese, Fernsehese aus den 60ern mit dem Übermalen, mit dem Schnurrbart unter der Formale. Das war auch witzig. Klar, würde ich ihn nicht als besten Joker-Darsteller bezeichnen, aber er hat das auch richtig, richtig gut gemacht. Jetzt Ledger, die Rolle seines Lebens, Jack Nicholson auch fantastisch, schwierig die zu vergleichen. Jared Leto, zu Unrecht wird der so niedergemacht. Ich finde, er ist nicht der Beste, er vielleicht der Schlechteste der Jokers, aber trotz allem hat er eine eigene Facette nochmal geschaffen, die ich interessant fand, weil der Joker auch sehr, sehr facettenreich auf jeden Fall ist. Für mich der beste Joker in der Rolle des Jokers, aber gibt es einen und ganz eindeutig ist es dieser, weil ich, wenn ich an den Joker denke, mir sofort auch diese Stimme mich nicht schaudern lässt, ist es Mark Hamill, Luke Skywalker-Darsteller. Von den Animationsfilmen. Von den Animationsfilmen. Der macht das einfach fantastisch. Mark Hamill kann so unglaublich viel mit seiner Stimme machen. Der ist viel mehr als nur Luke Skywalker. Das ist ein fantastischer Joker. Ich finde alle Jokers gut, aber das ist, glaube ich, ich bin auch Heath Ledger. Ich liebe diesen Film. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber die Stimme von Mark Hamill ist fantastisch als Joker. Ich finde auch die Frage, ich habe die mit Absicht so mal gestellt, ich glaube, die kann man gar nicht so antworten, weil du hast schon gesagt, jeder Joker hatte so was Eigenes. Das war das Schöne am Joker, dass der so viele Facetten wiederum hat, dass jeder den irgendwie anders darstellt. Ich könnte aus der Reihe hier höchstens sagen, dass Jared Leto mir nicht so ganz gefallen hat, aber alle anderen, Nicholson, Ledger, Phoenix oder auch Mark Hamill sind alle großartig als Joker. Alle mit ihren eigenen Facetten, die sie da drin hatten. Auch der Joker-Film, Joaquin Phoenix. Ich habe diesen Film wirklich geliebt. Ich war da zweimal im Kino innerhalb von kurzer Zeit. Es ist nicht so, dass ich oft ins Kino gehe und dass ich zweimal in einen Film gehe. Das sagt schon irgendwie was aus. Das ist ja noch mal eine ganz, ganz andere Darstellung des Jokers. Den habe ich gerade gar nicht erwähnt. Ich weiß gar nicht warum, weil quasi nicht in diese, das ist für mich gar nicht eine Comic-Verfilmung. Es passt nicht in die Reihe. Es ist keine Comic-Verfilmung. Es ist nicht dieses, ja, dieses Überzogen. Es ist eher eine Charakterstudie. Das muss nicht in der Superheldenwelt sein. Es spielt in der Batman-Welt und das finde ich auch ganz gut, weil es ein Batman-Charakter ist. Deswegen finde ich auch gut, dass man da auch Bruce Wayne und sowas sieht und auch dieses Ende finde ich gut, obwohl das einige ja kritisieren, dass man da quasi die Entstehungsgeschichte von Batman dann da noch mal eingebaut hat. Ich finde es aber super, weil er in diese Welt gehört und das ist noch mal was ganz Eigenes. Das ist so ein Film, so müssen Filme sein, so müssen auch Superheldenfilme, so können die auch sein, weil Comics deutlich mehr sind als nur dieses quietschbunte. Klar, das ist einfach, und Joaquin Phoenix ist auch einer unserer besten Schauspieler, die wir aktuell auch haben. Das steht außer Frage, glaube ich. Ja, Joaquin Phoenix oft verkannt, aber dann doch, egal was er spielt, er liefert immer ab. Ich habe den nie verkannt, der war schon immer auch Walk the Line und was es da alles gab, auch davor, auch als er da seine crazy Storyline hatte mit seinem eigenen Dokumentarfilm, was ja auch irgendwie damals ihm eher geschadet hat als gut getan. Ich mochte die Zeit aber sehr und ich mochte ihn schon immer. Ich bin jetzt, war es nicht auch Gladiator, wo er das erste Mal wirklich für Aufsehen gesorgt hat, aber da, ich mag Gladiator nicht und daher war er mir auch irgendwie egal, aber so, das ist wirklich ein Ausnahmeschauspieler, der wirklich auch viel, viel für seine Rolle irgendwie tut und auch sehr leidet in seiner Rolle. Das stimmt. Ja, du hast es gerade richtig gesagt, es passt halt nicht in die Rolle. Du hast Jack Nicholson in einem Action-Batman-Film. Hier ist Letcher in einem Action-Batman-Film, genau wie Jared Leto in einem Action-Suicide Squad. Und Joaquin Phoenix ist der Erste, der im Grunde in einer Tragödie spielt, die Action-Elemente hat, aber grundlegend ist es ja eine Tragödie, eine sehr psychisch angelegte Tragödie. Ich will auch nicht zu viel erzählen, dafür ist der Film noch zu jung. Vielleicht gibt es auch Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Und auch ein Film, der erste Film mit dem Joker, der einen auch mitnimmt für längere Zeit. Bei mir war das so, ich habe den im Kino gesehen, zusammen mit meinem Bruder, und ich muss sagen, den Film, da habe ich noch länger drüber nachgedacht, weil der halt so ein bisschen diese psychischen Aspekte aufnimmt, wie ein Mensch doch sich so wandeln kann und was so alles den Menschen beeinflusst und was mit Menschen passiert, die man einfach vergessen will, weil sie vielleicht nicht so einfach zu handeln sind. Und das wird da so gut verpackt, dass man da wirklich länger drüber nachdenkt. Das habe ich jetzt bei den anderen Batman-Filmen nicht unbedingt. Die habe ich im Kino genossen, aber die sind jetzt nicht unbedingt so hängen geblieben danach darüber hinaus. Ja, der Heath Ledger Joker in Dark Knight, der hat ja auch eine sehr intensive Charakterstudie auch irgendwie. Das finde ich schon ganz gut. Kann man auch, wenn man will, kann man auch den neuen Joker-Film quasi als Vorgeschichte zu diesem Film auch irgendwie nehmen, weil der Charakter in eine ähnliche Richtung auf jeden Fall geht und dann auch mal das versteht. Muss man nicht, könnte man aber rein theoretisch. Also ich mag es gerade, dass der Joker ja auch in den Comics, das ist ja so jemand, der ist ja auch wirklich sehr, sehr vielschichtig und der ist ja wirklich böse. Und ich meine, er hat in den Comics nicht umsonst irgendwie, hat Barbara Gordon einfach erschossen, also ins Genick geschossen, sodass sie im Rollstuhl lange saß. Er hatte den zweiten Robin damals einfach mit einer Eisenstange verprügelt, bis der tot war. Also in Comics und das ist etwas, was im Grunde kaum ein anderer Charakter in den Mainstream-Comics so gemacht hat. Ja, das stimmt. Joker ist wirklich dieses, ich glaube, der größte Antagonist auch im Batman-Comic, also der, der immer wiederkehrt, den man auch immer wieder in neuen Inkarnationen da sieht. Und was ich so spannend am Joker finde, das hat man auch bei Heath Ledger so schön gemacht, man hat zwar jetzt mit Joachim Phoenix so eine Vorgeschichte gebaut, aber Heath Ledger war für mich so ein Inbegriff, der sagte, es gibt halt nicht die eine Vorgeschichte, weil er seine Geschichten, wie er zu den Namen gekommen ist, immer wieder anders erzählt. Ist so, ist ja auch in den Comics so, es gibt, es gibt, Batman hat seine Origin-Story, der Joker hat verschiedene Origin-Stories, die ja auch in Comics manchmal so aufgegriffen werden, einfach, da gibt es nicht diese eine Geschichte. Ich finde die Geschichte, diese Variante, die man bei Joker gewählt hat, super, passt total gut, aber das ist nur eine der möglichen Varianten und das finde ich auch im Joker wieder so interessant. Ja, also den Film kann man auf jeden Fall empfehlen. Was ich aber sagen würde, wenn man selbst so ein bisschen, ja, emotional sehr empfindsam ist für Filme sollte man Joker, glaube ich, eher gucken, wenn man gut drauf ist, nicht wenn man eh schon einen schlechten Tag hat, weil der kann schon runterziehen, wenn man sich davon beeinflussen lässt. Ja, also das heißt ja auch, der ist sehr gewaltverherrlichend, dieser Film, das sagten ja auch einige Kritiker, ich muss dazu sagen, wenn ich diesen Kritiker nach dem Film begegnen werde, dann hätte ich einen in die Fresse gehauen. Danke schön. Er ist auf jeden Fall gewaltverherrlichend, klar, aber da möchte ich jetzt nicht weiter mehr zu sagen. Aber er erzählt die Geschichte ja nun mal auch aus Sicht des Jokers sozusagen und für ihn ist die Gewalt halt nicht so schlimm, sagen wir es mal so. Ja, finde ich auch absolut nachvollziehbar aus der Sicht, absolut total. Lass uns jetzt mal zu einem Punkt kommen, über den wir natürlich auch und worüber wir uns eigentlich auch kennen und denn da spielen Clowns auch eine ganz, ganz große Rolle. Wir reden jetzt gleich, nachdem wir das alles abgeschaut haben, also nachdem wir das beendet haben, über Wrestling, denn da gibt es auch ganz, ganz viele Clowns. Ganz genau. Du sagst schon, wir haben sogar aus Wrestling ein bisschen kennengelernt, eher bei dem europäischen Markt, wo ich jetzt noch keine Clowns erlebt habe, aber... Boah, ich habe eine ganze Menge Clowns. Ja, ich meine jetzt in der Clown-Rolle. Achso. Nicht die Lebensclowns, sondern die, die wirklich die Clown-Rolle auch einnehmen. Ja, im Wrestling gab es viele Clowns und ich glaube, der bekannteste, mit dem wir so groß geworden sind, erwachsen geworden sind oder der in den 90ern gerade für Furore gesorgt hat, war Doink, der Clown. Jemand, der von verschiedenen Western verkörpert wurde, von Brooklyn Brawler sehr häufig und der halt so diese beiden Sichten des Clowns in sich vereint hat. Einmal dieses Lustige und dann dieses Böse. Allein schon in seinem Theme, mit dem er reingekommen ist, erst die lustige Clowns-Musik und dann wandert das so ins Düstere ab und dann der Clown, der Schabernack macht, der die Leute nass spritzt oder ähnliches, der aber auch dann so böse ist, dass der andere mit einem Gipsarm verprügelt. Wie hat Doink auf dich gewirkt, die Figur des Doink? Ich fand die Doink-Figur super. Ein böser Clown. Das hat irgendwie super gepasst, weil das irgendwie in die Zeit gar nicht gepasst hat. Das war die Zeit der schillernden Charaktere, der komischen Berufs-Gimmicks, die man da hatte. Und dann kam so ein Clown, der ja erst mal Publikum lange stand, man hat gedacht, was ist das für ein Charakter? Das ist doch bestimmt wieder sowas albenes für die Kids. Nee, es war genau das Gegenteil ganz am Anfang. Es war wirklich ein böser Clown, der auch böse Streiche gespielt hat. Klar, nicht so krass böse wie einige Clowns, die wir jetzt angesprochen haben, aber für Wrestling-Verhältnisse war das ein Charakter, der sehr untypisch, aber doch irgendwie ganz geil war. Ich habe die Zeit genossen, als er böse war, wurde ja auch von verschiedenen Charakteren verkörpert. Letzten Endes, also von verschiedenen Wrestlern verkörpert, weil das im Grunde egal war, wobei der erste Clown, Matt Bourne, sicherlich der beste Wrestler unter der Maske war. Oder zumindest. Na gut, es waren dann auch noch andere gute Leute auch nochmal drunter. Die gehören ja ganz kurz. Aber ich muss sagen, als Doink the Clown dann Ding an seine Seite bekommen hat, diesen kleinen, wüchsigen Clown und dann Face war, da war er einfach sehr schwierig zu ertragen. Als böser Clown war es ein fantastischer Charakter, als Face mochte ich ihn gar nicht. Nee, da hat er halt so sehr ein besonderes Follower, als sehr gute Clown, das passt ja nicht mehr so richtig. Ganz genau. Und dann noch dieses Survivor Series Match, wo es dann die fünf Doinks gab mit den, wer war es nochmal, Mabel und Moe. Vier waren es. Man on a Mission und die Bushwreckers. Ja, vier waren es. Das war wieder witzig. Da hieß es ja, wer werden die vier Clowns sein? Wer könnten die vier Clowns sein? Das ging ja da, der hatte ja als erstes, war es in der Fede gegen Crush, tauchte ja plötzlich ein zweiter Clown auf, der damals im Zivkern, dem früheren Skinner verkörpert wurde. Der tauchte dann auf und attackierte Crush und das war so was Besonderes, weil Hö, das war jetzt noch ein Clown und das nochmal, als der Face-Charakter war, hat man das passiviert, in dem man dann gesagt hat, jetzt kommen vier Clowns und das waren eigentlich wirklich Mabel und Moe. Und die Bushwreckers einfach nur mit Clowns Maske oben, ansonsten in ihren Namen, normalen Klamotten und einem normalen Benehmen irgendwie. Also es war schon ganz witzig, aber, also ich meine, vielmehr muss man über Doink, der Clown nicht mehr reden. Der war wirklich nicht mehr witzig, als er Face war. Der war nicht mehr gut, als er Face war. Der war nicht mehr interessant. Das Schlimmste war für mich dann die Fede, ich glaube mit Jerry Lawler war es mit den vier kleinen Doinks und den vier kleinen Jerry Lawlers dann. Ja, das kann man nochmal, da konnte ich nochmal mit leben. Das war okay, weil es ja wirklich so over the top war. Aber so einfach als ganz normaler, stinknormaler Face war der, der war ja auch dann relativ schnell weg vom Fenster wieder. Ja, das stimmt. Ja, wir hatten ja noch mehr Clowns im Wrestling, so ist das ja nicht. Erinnerst du dich an die Insane Clown Posse noch? Ja, die Insane Clown Posse erinnere ich mich natürlich, einfach auch, weil ich mich mit Musik auch ein bisschen auskenne. Die sind ja eigentlich keine Wrestler, sondern das ist ja eine wirklich namenhafte Rap Band, die vor allem bekannt geworden sind. Durch ihre Fäder mit Eminem vor allem auch, der ja dann später, die aber schon begann, bevor Eminem überhaupt groß war. Also das ist keine, keine kleine Fäder, sondern wirklich hat sie ihre ganze Karriere lang begleitet. Die Insane Clown Posse haben ja schon Anfang der 90er ihre ersten CDs und in Mitte der 80er sogar schon die ersten Mixtapes rausgebracht. Also die sind tatsächlich Clowns, also böse Clowns, böse Rap-Clowns der ersten Stunde und dadurch auch was Besonderes. Die sind sehr mit dem Wrestling verbunden, dadurch, dass sie große Wrestling-Fans waren, später ja sogar mit Juggalo Pro, Juggalo Championship Wrestling ist es glaube ich, ihre eigene Wrestling-Kliger teilweise hatten, aber auch im Wrestling mal auch öfters zu sehen waren in der WCW an der Seite von was, Vampiro glaube ich, in dieser Zeit irgendwie und in der WWE bei den Oddities zum Beispiel auch eine Zeit, also da waren sie ab und zu zu sehen, aber letzten Endes haben sie im Wrestling jetzt nicht so große Fußstapfen hinterlassen, aber im Hip-Hop-Business tatsächlich schon. Ja, das stimmt, da sind die wirklich bekannt geworden und sind da auch mit den Clowns-Masken aufgetreten, das ist halt das das Merkmal dahinter. Ja, ich glaube, große Fußstapfen zumindest von seinem Ausmaßen, er hat aber Pogo the Clown hinterlassen. Ja, also Pogo the Clown war ja im Grunde auch nochmal angelehnt an Pogo the Clown, an den Charakter von John Wayne Gacy, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, an den Serienkiller, der hieß ja auch Pogo the Clown, das war, sollte quasi der nochmal dargestellt werden, der ist gerade vor allem im Indie, also nicht, ja, klar, Indie-Bereich schon, aber doch wirklich auch eher in den, in diesen Deathmatches bei so XPW und so aufgetreten. Ist schon klar ein Kultcharakter für die Wrestling, Fans, die sich in dem Metier gerade irgendwie aufhalten und das feiern, für mich war der nie so super interessant. Ich finde es natürlich cool, dass es so einen Clown gab, das ist auch jetzt kein super toller Wrestler gewesen, ein harter Wund, interessanter Charakter, ist halt sich aus der Masse gestochen, weil er halt als Pogo the Clown angetreten ist. Ansonsten hat er keine so großen Fußstapfen hinterlassen. Ne, sagen wir mal, so ein bisschen Abdullah the Butcher mit Clowns-Maske. Ja, wobei Abdullah the Butcher sicherlich noch größere Fußstapfen ist. Ja, ja, klar, ich meine auch nur von der Art. Abdullah the Butcher kennt, glaube ich, fast jeder, dem mit der Wrestling was zu tun hatte, Poro wohl eher nicht. Ja, lass uns mal in den mexikanischen Bereich gehen und zwar gerade so ein bisschen in dieses N-Triple-A, wo man viel mit den Trios-Teams arbeitet und da gibt es ein Trios-Team Lost Psycho-Circus. Ich weiß gar nicht, wie man die richtig ausspricht. Auf jeden Fall mit dem, mit Psycho-Clown, Murder-Clown und Monster-Clown und mit drei Westerns, die sich als Clowns verkleinern, die bis heute noch aktiv sind, glaube ich. Ich habe das letzte Mal Aufnahmen davon gesehen. Die sind immer noch aktiv, Lost Psycho-Circus, aber die sind ja auch jetzt nicht nur aktiv, sondern die haben zum Teil auch wirklich große Rollen irgendwie gehabt, gerade nicht nur zu dritt, sondern auch dann im Einzelbereich. In der mexikanischen Wrestling-Szene sind Clowns ja sowieso da gibt es ja schon immer, da gab es schon immer verschiedene Clowns-Charaktere. Die Los Payasos, mit denen habe ich quasi angefangen. Ich habe ja sehr früh auch mexikanisches Wrestling geschaut. Die Los Payasos, ganz, ganz, ganz spannende, interessante, witzige Charaktere gewesen. Das waren auch so drei Clowns, die aber lieb waren. Irgendwann gab es, da hatte man dann die Idee, dieses Payasos del Mal, also die bösen Clowns ins Leben zu rufen. Dadurch sind letzten Endes dann auch Lost Psycho-Circus entstanden. Und du hast es gesagt, Psycho-Clown, Murder-Clown und Monster-Clown, wobei Monster-Clown und Murder-Clown eher so später dann zu den Sidekicks von Psycho-Clown wurden, der auch ja auch große Titel dann im Einzelbereich gewonnen hat. Und der ist sicherlich der größte Name von den drei. Ist übrigens der Sohn von Super Porky, was ich ganz witzig finde, weil Super Porky immer einer meiner Lieblinge im Wrestling war. Brasso del Plata. Fand ich super gut. Die sind auch interessante Charaktere. Ich mag ihre Einzugsmusik total gerne natürlich. Für mich sind das natürlich, gerade Psycho-Clown wahrscheinlich, der bekannteste Clown im Wrestling-Business und der erfolgreichste Clown im Wrestling-Business. Und jemand, den ich immer noch gerne sehe. Ich weiß nicht warum, aber ich mag den voll gerne. Ja, leider. Ich weiß gar nicht, wo kann man ihn denn aktuell sehen? Ist er weiter bei Triple A unterwegs? Der Triple A, genau. Da sieht man ihn immer noch. Das ist schon cool. So jemanden könnte ich mir auch vorstellen, würde ich gerne mal so als Attraktion vielleicht mal in Deutschland sehen. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz witzig. Könnte sein, dass man das vielleicht mal sieht, aber der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt er ist. Ist auch nicht. Mal gucken. Das ist so gut. Der ist drei Jahre länger als ich. Also ist er jetzt. Okay, da ist er. Der ist schon im 80er Baujahr. Das geht noch. Okay, krass. Ich dachte, weil er auch schon so lange dabei ist und so lange auch irgendwie oben immer mitspielt. Finde ich spannend. Ja, den würde ich auch gerne mal sehen. Auf jeden Fall generell die ganze Kopierung wäre mal sicherlich ganz witzig. Aber ich weiß auch nicht. Ich meine, das müsste ja dann bei der BXW sein, ob das finanziell auch Sinn macht. Ich meine, es wird sowieso noch dauern, bis wir Live-Wrestling-Shows wieder sehen werden. Leider, leider, leider. Ja, wo wir gerade gesprochen haben, der wirkt, als wäre er schon älter. Wir haben da auch einen Älteren, der schon als Clown aufgetreten ist und zwar ein bisschen in dieser Joker-Rolle und zwar Sting als Insane-Icon-Sting, der quasi in die Joker-Rolle gewechselt ist, nachdem er seinen Titel verloren hatte und dann als so ein bisschen der verrückte Charakter wiedergekommen ist. Ich fand die Rolle damals überraschend gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, aber ich glaube, das liegt dran, weil Sting halt auch verschiedene Rollen recht gut verkörpern kann. Wie hat dir denn der verrückte Sting als quasi Joker gefallen? Ja, es gibt ja immer viele, die sagen, Sting hat sich auch in seiner Laufe der Karriere immer wieder neu erfunden. Und so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil letzten Endes gibt es quasi den Surfer-Boy-Sting, den Crow-Sting und diese Variante, die mir wirklich auch sehr, na gut, es gibt noch eine vierte Variante, der Rentner-Sting, aber diese Variante, die ist ja ein bisschen angelehnt an Heath Ledger so ein bisschen, fand ich super. Das waren ein paar super interessante Monate, vielleicht die interessantesten Monate, die Sting überhaupt seit langer, 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 langer Zeit irgendwie hatte, seit der Anfangszeit der NWO wahrscheinlich sogar, fand ich super, fand ich, hat er gut dargestellt, hat er wirklich, wirklich gut gemacht und ich fand ihn super interessant, war damals ein Grund, auch mal bei TNA Impact reinzuschalten. Ja, das Westing wurde dadurch nicht besser, aber zumindest hat er einen sehr guten Charakter dargestellt und in der dann aktuellen Riege der, sagen wir mal, ganz böse, der alten Männer bei Impact, weil das war ja schon, wo dann Leute wie Hulk Hogan, glaube ich noch, ich weiß gar nicht, ob er da noch aktiv war, aber auch kurz vorher noch da war und wo er da gegen Leute wie Woffendam, der jetzt auch nicht mehr unbedingt zu den Neulingen gehört, gefädelt hat, war das nochmal wirklich ein frischer Wind, der kam durch diesen Charakter, muss man einfach mal sagen. Total. Ja, da haben wir einmal unseren Westing-Blog durch oder habe ich irgendeinen Clown vergessen, den du noch erwähnen möchtest? Nö, tatsächlich, die wichtigen haben wir genannt, Unpogo the Clown. Unpogo the Clown, ja. Dann lass uns zuletzt noch zu einer Organisation kommen, die du bereits angesprochen hast. Du hast vorhin schon mal über die Organisation Clowns ohne Grenzen gesprochen. Magst du uns mal erzählen, was dahinter steckt? Ja, vielmehr kann ich im Grunde jetzt auch ja nicht so dazu sagen, als ich vorhin schon gesagt habe. Das ist eine Gruppe, die sich ähnlich wie Ärzte ohne Grenzen zusammengefunden hat, um das Lachen auch zu Menschen zu bringen, die es vielleicht nicht so einfach haben. In Kriegsgebiete, in, ja, also ich meine, das ist eine Erweiterung im Grunde der Clowns. In Kriegsgebiete, da auch da Workshops geben und auch Menschen mal ablängen von ihrem alltäglichen Wahnsinn, der dort herrscht irgendwie. Das ist eine Organisation, die man auch finanziell unterstützen kann, die auch total wichtig geworden ist letzten Endes. Also ich finde gut, dass es das gibt. Genauso gut finde ich, dass es diese Clowns gibt. Also das ist auf jeden Fall eine Organisation, die sollte man definitiv unterstützen. Und auch Clowns, da gibt es ja wie gesagt, da gibt es die Rote-Nasen-Clown-Doktoren, es gibt Klinik-Clown-E.Vs, auch da mal schauen, auch die sind auf finanzielle Spenden angewiesen, weil die müssen, die kriegen zwar auch Entlohnung in kleinen Basen für ihre Tätigkeit, einfach auch, weil sie es brauchen, aber das geht dann auch meistens an die Organisation selber, damit die sich irgendwie finanzieren können, damit auch Menschen, die es nicht einfach haben im Leben, wie bei Clowns ohne Grenzen, wie bei den Klinik-Clowns, auch Menschen, die es nicht einfach haben im Leben, einfach auch mal wieder lachen können. Unbefreit lachen ist die beste Medizin, auch wenn sie nicht hilft, auch wenn sie nicht heilt, hilft sie auf jeden Fall im Herzen. Ja, und sie hilft ganz ehrlich auch der Psyche, wenn man mal lachen kann, ist das gerade so für den gesamten Gemütszustand einfach gut, weil auch die, dadurch ja auch Energie abgebaut wird, die man auch durch negative Sachen abbauen kann. Also dadurch wirst du ja auch viel los, durchs Lachen. Ja, ganz genau so. Auch ganz wichtig. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal über unsere Lieblings-Clowns sprechen. Wenn ich dir jetzt sagen würde, nimm mir deine drei Liebsten, würdest du welche zusammenkriegen? Schwierig. Also auf jeden Fall Clowns, die in meinem Leben ganz wichtig waren vielleicht. Ich weiß nicht, keine Reihenfolge, ich würde jetzt keine Reihenfolge wissen. Auf jeden Fall der Joker, wenn nicht eine Reihenfolge ist, ist der Joker auf jeden Fall auf eins. Und ich würde gerne noch zwei ansprechen, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Also ich glaube, Charlie Chaplin haben wir angesprochen, der wäre sicherlich auch ganz weit oben. Deswegen lasse ich den mal aus der Liste raus. Aber zwei Clowns, die auch Clowns sind, aber meistens gar nicht so neben Joker vielleicht so im Rampenlicht stehen, ist auf jeden Fall ein Till-Eulenspiegel. Ich liebe die Till-Eulenspiegel-Geschichten. Die habe ich als Kind geliebt. Und ich glaube, die sind auch ein bisschen entscheidend in meiner Sozialisierung gewesen. Deswegen habe ich auch immer den Narren in mir entdeckt, weil ein Till-Eulenspiegel ja auch so ein, das war ein dummer August, aber gleichzeitig auch jemand, der super hochintelligent war und das auch genutzt hat. Das ist ja dieser Nar aus dem Mittelalter, den man so kennt, der dann Sachen gesagt bekommen hat und die wortwörtlich genommen hat. Das waren super interessante Storys, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Und ich habe relativ früh, ich bin ja auch, wie gesagt, jemand, der sehr, sehr viel liest und sehr gerne liest. Da gibt es ja auch einige interessante Bücher, wo gerade auch Clowns oder Narren eine wichtige Rolle spielen, von Henry Millers Lächeln am Fuße der Leiter zum Beispiel. Aber vor allem möchte ich hier Hans Schnier erwähnen. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, Hans Schnier. Von Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns. Ganz, ganz hartes, trauriges, heftiges Buch von einem, ja, das ist eine gescheiterte Persönlichkeit im wahrsten Sinne, der es aber nicht schafft aufzustehen. Alkoholiker, als Clown gearbeitet und wirklich, man begleitet Hans Schnier. Durch sein trauriges, trauriges, wirklich einsames Leben. Und das ist ein hartes Buch, aber ein sehr, sehr tolles Buch von Heinrich Böll. Das möchte ich nochmal erwähnen. Also ich kann jetzt keine Reihenfolge festlegen, aber es sind auf jeden Fall interessante Clown-Charaktere, die wichtig sind. Und auf jeden Fall, wie gesagt, der Joker ist definitiv einer meiner Lieblings, wenn nicht meine Lieblingsfigur aus der Literatur. Ja, ganz klar. Also Joker gehört dazu, bei mir auch, eine der wichtigsten Figuren. Und dann für mich Pennywise als großer Stephen King-Fan. Und ganz klar Patch Adams ist so die Figur, die ich auch als diese, gerade in Kombination mit Robin Williams in seiner Rolle, Robin Williams für mich auch so ein bisschen diese Facetten des Clowns repräsentiert. Also auch dieses, dieses Tragische in der Person und halt auch derjenige, der andere zum Lachen bringt. Und trotzdem in sich nicht so ganz gefestigt ist, sondern selbst auch immer in Zweifeln ist und ja, mit sich selbst zu kämpfen hat. Das finde ich ganz wichtig. Und ich erwähne immer noch natürlich lobenswert meinen aktuellen Lieblingsclown. Und das ist der Shaggy, der Clown, mit dem ich gerade rede. Sehr gut, hast du sehr schön gesagt. Hätte es jetzt nicht ich gerufen, werde ich es nicht... Ja, wäre es nicht so aufgefallen. Wäre es nicht so aufgefallen. Aber ich wusste ja nicht, dass du es wirklich sagst. Dankeschön, dass ich da sein durfte, lieber Volker. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist ja zeitlich immer nicht so einfach mit uns beiden. Aber ich werde sicherlich irgendwann nochmal in deinen Podcast kommen. Vielen, vielen Dank. Und du wirst mich jetzt bestimmt fragen, wo kann man dich denn noch hören? Das werde ich dir gleich sagen. Ihr könnt mir folgen bei Facebook, Shaggy Schwarz, bei Instagram, Shaggy Schwarz, bei Twitter, Shaggy Schwarz, bei Internet, Shaggy Schwarz. Aber ich bin natürlich auch in anderen Podcast-Formaten zu hören. Gerade wir haben viel über Wrestling gesprochen. Dann natürlich Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Mit dem guten Olaf Bleich und einem Team voller Clowns auf jeden Fall. Aber alles dumme Auguste. Da bin ich der einzige Weißclown, das kann man sagen. Da bin ich regelmäßig zu hören. Ganz, ganz toller Podcast, wenn es um Wrestling geht. In verschiedenen Bereichen gibt es auch bei Patreon und Steady. Ich bin jede Woche auch bei Spotify zu hören. Mit dem Damek, mit Wessler, der ja auch ein Clown ist, kann man so sagen. Der war auch schon hier zu Besuch. Der Mexter war auch schon bei dir. Okay, interessant. Zum Beispiel auch ganz spannend. Und natürlich habe ich noch ein Podcast Die Giganten mit dem Markus Holzer, auch einem Clown aus Wien, wo wir auch über Geek-Themen vor allem reden. Das ist sicherlich auch ein Podcast, den der Folge gerne mag und sicherlich jeder Folge erwähnen sollte, Die Giganten. Nächste Folge, ich kann es jetzt mal spoilern, aber das bleibt dann unter uns und unter den Hörern. Wird jetzt auch bald aufgenommen. Da reden wir über Mask, diese coole Action-Zeichentrick und Figuren-Serie aus den 80ern. Habe ich noch ein Speicherspielzeug von Mask. Ich nehme dieses ganze Spielzeug von dir ab, wenn du es nicht mehr brauchst. Ich kaufe es dir sehr, sehr gerne ab. Ich liebe diese Serie. Ja, dann brauchst du es doch auch nicht mehr. Dann kannst du mir doch den Podcast anhören und kannst mir das alles geben. Finde ich schon, dass du das machen solltest. Und natürlich, ich habe noch einen neuen Podcast jetzt seit einiger Zeit, der sich gerade in Corona-Zeiten jetzt sehr, sehr gut entwickelt. Da geht es darum, ja, die Kultur den Menschen nach Hause zu bringen. Denn ich bin ja Kulturveranstalter hauptberuflich. Ich bin ein Künstler, der auch auf der Bühne steht und ich kann im Moment nicht auf der Bühne stehen. Ich kann im Moment keine Konzerte veranstalten. Deswegen bringe ich den Menschen die Kultur nach Hause. Fulda Kultur, der Podcast, auch sehr, sehr empfällig. Lasst da mal ein Abo da. Hört euch das mal, hört euch das mal an. Auch wenn es im ersten Augenblick vielleicht nicht das Thema für euch ist. Aber ich glaube, das ist ein sehr interessanter Podcast, der wirklich auch Spaß macht. Mir zumindest als zum Aufnehmen und Talken. Aber ich glaube, den kann man auch sehr, sehr gut hören. Wo kann man ihn denn abonnieren? Im Internet. Überall da, wo es Podcasts gibt. All diese Podcasts gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. iTunes, Spotify, Deezer, YouTube. Giganten gibt es, glaube ich, nicht bei YouTube. Aber die anderen alle auch auf jeden Fall. Hört da mal rein. Schaut euch das an. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Auch auf meiner Künstlerseite, Facebook-Seite zum Beispiel. Würde mich sehr, sehr freuen. Und je mehr Likes kommen, je mehr Leute hören kommen, desto schneller komme ich zum Volker zurück. Das ist sehr, sehr nett gesagt. Ja, obwohl da Kultur da sehr spannende Gäste auch schon da gehabt hat. Du hattest Peter Schauer auch schon da. Also Jens Wawracek, ne? Jens Wawracek war schon da, ganz genau. Lars Ruppel, der beste deutsche Poetry-Slammer. Und da werden noch einige Künstler auf jeden Fall kommen. Also da kommen Kulturschaffende und Künstler gleichermaßen zu Wort. Und wir reden über verschiedene Arten, Kulturen, was es alles so gibt. Von Musik, Comedy, Kabarett. Aber auch hin zu Subkulturen, wie Graffiti wird jetzt geplant gerade, Hip-Hop-Bereiche und so Sachen. Das kommt alles noch. Sehr spannend. Ja, sollten wir auf jeden Fall reinhören. Lohnt sich. Ich habe schon mal ein Ohr reingeworfen quasi. Also gefällt mir sehr gut. Aber das liegt natürlich auch an dem guten Moderator. Der Moderator, der hat ja auch so eine sehr entzückende, nette Stimme. Und der ist ja auch Clown, wie wir gemerkt haben. Und Clowns, da schließt sich der Kreis wieder. Wir haben heute über Clowns geredet. Ich sage tschüss und muss nämlich jetzt in ein Auto steigen. So ein kleines Auto haben wir. Und die anderen 20 Clowns warten schon im Auto seit einer Stunde. Da steige ich jetzt ein. Vielen, vielen Dank, Volker, dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne, Shaggy. Und dann gute Fahrt dir mit deinen 20 Kollegen. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.